hallo leute herzlich willkommen auf den kanal stundogaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr winkelt ein ohne astral legends unite und heute sind wir in paris glaube ich steht da zumindest dort davor tränke ich mal kurz ja paris perfekt mit 150 meter driften einfach ins ziel kommen das ist unsere aufgabe das geht auch nicht ganz los kam leider so ok aufgabe geschafft ok 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 zack wir sind erst der arme wir haben beide aufgaben geschafft das ist doch gut let's go ok oha 6000 haben wir gemacht let's go leute also 6000 sind schon einige küste sind wir jetzt in san francisco wieder waren wir da nicht schon wir sind gefühlt die ganze zeit immer dort das ist äh sehr interessant so 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 ok so okay so Ah, da komm ich nicht dran. Gut, Command-Biden ist dran. Okay, wir haben beide Ziele erfolgreich geschafft. Ich glaube, das war sogar nur ein Ziel oder so. Du weißt es aber tatsächlich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir es geschafft, das ist schon mal gut. Neue Season aktiviert, geil. Ja, tatsächlich. Doch, es waren zwei. Okay. Das ist auch schon das letzte hier, oder was? Ja, tatsächlich. Perfekt. Das ist das letzte. Rennen. Oder war es ein empfohlener Rang? 736. Okay, gewinnen das Rennen. Oh, jetzt wird es interessant. Ob ich das schaffe, ist dann die andere Frage, ne? Aber ich hoffe. Wäre natürlich gut. Okay, da. Bamm. So. Okay. Start ist schon mal kacke. Gut, einen habe ich wegrasiert. Ich bin leider wieder runter gefallen. Ich glaube, es ist jetzt auch schon zu Ende, ne? Das müssen gleich zu Ende sein. Okay, wir müssen jetzt Gas geben. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ein paar Gas geben auf jeden Fall. So. So. Ah, ich bin hängen geblieben. Okay. Ich habe jetzt drei Autos zerstört oder so. Schlecht Gas, schlecht Gas, schlecht Gas. Gibt Gas. Gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas. Gibt Gas. Gibt Gas. Nicht, nicht dagegen fahren. Ah. Okay, okay okay. vu das war das war jetzt ein bisschen nifflig aber wir haben es geschafft 3300 money haben wir auch gekriegt das schmeckt natürlich das lässt sich sehen dass diese saison beendet oder sie sind keine ahnung man es nennen mag guter jetzt geht es hier weiter aber wir haben auch schon fast dieses ding ist ja fertig geil wir haben glaube ich zu weniger rangen kann das sein egal wir gehen mal kurz hier rein weiter jetzt können wir hier ein neues auto wählen oder was welches denn ich habe keine oder dafür nein das habe ich nicht wähle deinen wagen für dieses rennen man was backt das spiel so rum können wir das hier nehmen empfohlen daran ich habe aber keinen mit dem rang dann der war wagen rang eines wagen gibt es einen ja ich habe aber kein buch kommt aus was das denn hier das hier kann ich den nehmen die durch das spiel spielen wenn ich keine dinger mehr habe das schenke ich nicht ganz wir gehen einfach mal kurz zurück zu den garagen hier ich will meine garage wo kann man denn hier in seine garage ich verstehe diese ganze spiel hier nicht so werkstatt ja okay die sind ja alle über 900 was will dieses spiel von mir gut sagt ja ich glaube es kann sogar sein dass die anderen spieler erst spielen muss ja weil hier kriege ich nämlich nichts freigeschaltet weil man steht denn hier blaupausen erhalten ja saison passt tägliche events okay wir machen einfach mal folgendes wir gehen jetzt einfach hier aus einmal so bitte kommt raus und machen jetzt hier die dinger einmal weil ich glaube man könnte hier durch nämlich auch die dinger freischalten denke ich mal jetzt einfach von daher hier kann ich auch immer das nutzen natürlich gut nehmen wir den hat auch das doppelte an empfohlen links führer 360 ja durch gewinne das rennen ok sollte machbar sein aber es war natürlich erst mal gucken so 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 sieht schon geil aus so ein ziel habe ich gebraucht das ziel habe ich auf jeden fall nicht geschafft weiter das ist ein bisschen blöd tatsächlich ja ich komme zwar weiter aber das bringt mir nichts ich muss natürlich hier wenn schon das gewinne aber kann ich irgendwas abwenden an die drohen vielleicht nee das ist natürlich ein bisschen blöd aber mal gucken vielleicht geht es ja trotzdem gewinne das rennen ja das wäre natürlich geil wenn ich es gewinnen würde das wäre geil für 360er durch habe ich ich muss nur das rennen jetzt noch gewinnen das gewinnen ist alles super muss habe ich jetzt nicht leider okay ich habe es wieder nicht geschafft langsam habe ich kein bock mehr okay 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 ja ich schaffe es irgendwie nicht irgendwie ist es kacke warum schaffe ich denn dieses kacke rennen nicht jetzt mal ehrlich twiggert mich ein bisschen ich soll das rennen gewinnen ja wie soll ich es gewinnen wenn ich die ganze zeit irgendwie anscheinend nicht gewinnen kann okay wir gehen jetzt direkt hier zum nieder äh äh zum goldenen jetzt geben ich sogar mal okay dann sagen wenn euch das video gefallen hat lasst gerne leiden abo und kommentar da schaut außerdem auf meinem disco server vorbei der so in der video links aktiviert die glocke wenn man die keime mehr verpasst ab und traum auf den tag da rein es und es es und